Kannst du immer den Kork blow'n, immer wenn der Max on stage ist. Ich meddle, 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 ich meddle. Ich meddle, 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 meddle. Es waren einmal sechs Freunde, die versucht haben, die Betrüger zu fissen. Hallo Leute, willkommen zurück in der Kork-Ensicht-Theme. Mit Lichtschwertern und einer missglückten Ansage, hallo. 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 Oh Gott. Oh. Ich hab was kaputt gemacht. Ich hab Schüsse gehört. Ich bin auch Heno. Ist jemand tot? Ich muss erstmal, bevor wir anfangen, bevor wir anfangen, hat Taka vorhin schon ganz gut gesagt, wir müssen erstmal sagen, danke Taka für diesen Aufwand, den du hier betrieben hast. Ja. Das ist doch kein Aufwand. Ich liebe dich. Ey, redesigned das Interface hier. Ey, wie kriegt man die Waffen hier raus? Wisst ihr das? Geht das irgendwie? Aua. Selfie, schieß auf mich Selfie. Ich bin Detektor. Achso. Oh, es leckt hier des Todes. Oh, es leckt. Es leckt. Es liegt daran, dass Saros grad hier runterfährt. Hä? Wo runterfährt? Es leckt des Todes. Fahr bitte nicht mit dem Lagerstuhl runter. Oh Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Es leckt. Es leckt des Todes. Selfie. Ich kann nicht weiter. Jetzt. Hä, fährt das Ding immer noch runter? Ja, das fällt immer noch runter. Was ist das? Oh, ich glaub, es hat aufgehört. Hups. Es leckt nicht mehr. Alter, was geht ab? Ah ja, es hat aufgehört. Kann man die Waffen nehmen? Aber ich will jetzt wieder hochkommen. Wie komm ich jetzt wieder hoch? Ja, gar nicht Selfie. Gar nicht Selfie. Gar nicht kommst du wieder hoch. Ich brauch ne andere Waffe. Ist so ein Fahrstuhl eingequetscht. Jemand ist tot da unten, ne? Stimmt, ich seh's. Oh, da ist Max. Hallo Max. Taka, Taka schießt, Taka schießt. Schönen guten Tag. Taka, bist du ein Trader? Nein, ich bin kein Trader Selfie. Komm mal runter. Lass mal uns battle. Oh, hallo. Darf ich wieder hochfahren, bitte? Bitte gehen wir wieder hochfahren. Hallo Fab, wo bist du Fab? Ich fahr jetzt wieder hoch. Oh, da ist er. Benutzt bitte nicht die Hellstation. Die hat da Corona hingelegt. Scheiße. Mann, wann fährst du hoch ist ein Lag, Alter. Bin einfach grad in nem Kampf und du fährst wieder hoch. Gibt keine Scheißkind oder was? Was soll die Scheiße? Ja, ich bin wieder hoch, Alter. Mann, ich häng hier fest. Ihr habt doch genau die gleichen Chancen. Ja, genau die gleichen Lag-Chancen, Alter. Ja. Alter. Ja. Ich los. Ah. Nein, Alter. Saffi ist wieder hoch. Oh, ich hab gerade die ganze- Scheiße. Ich bin so zöger. Es lag einfach so richtig ekelhaft, Alter. Saffi und Fab gehen um die Ecke und du hörst auf beiden Seiten nur klick, 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 klick. Ja, aber ganz wichtig, nicht mit diesem scheiß Fahrstuhl fahren. Ja, okay, gut. Ja. Eureatmen wir jetzt aufhören. Oh, da tut mir ein bisschen leid, dass ich dich sofort nach der Anmoderation erschossen hab. Ja, aber es war okay. Ich verzeih's dir. Was eigentlich, wenn man unten spawned? Es haben jetzt auf jeden Fall, die Leute bei mir haben jetzt auf jeden Fall schon das neue Feature gesehen, dass wir jetzt, das hat Taka uns das letzte Mal schon gesagt, dass man in die Leute reingehen kann. Jetzt können wir bei den Totzins uns die Leute in First Posten angucken. Da steht er drauf. Hör auf, hör auf, hör auf! Hör auf, hör auf, hör auf! Ich bin Detective! Ey, Taurus, ey, warum hast du hier... Selfie, was sollte das? Selfie, was sollte das? Ah, Mann, das ist eh wieder, Max, in der so anfängst. Achtung, ich lass mal frei. Wenn du so anfängst... Du hast auf ihn geschossen, Mann! Ich hab 40 Schaden wegen ihm genommen, wenn du so anfängst, dann bist du sowas so ein Trader. Selber Schuld. Du bist so ein Trader, Max. Taka, was hast du da gerade gemacht, ey? Ja, ich hab keine Suche... Wer schießt hier, Mann? Wer schießt hier, wer schießt hier? Taros schießt. Ich weiß nicht, warum. Diegel, nice. Achso, mit den... Ja, haltet mal mit dem wachsenden Verdacht, weil er ist irgendwie wieder... Nee, war da nicht. Die Heal Station, weil Taros hat mir 40 Schaden gemacht. Ich brauch eine Heal Station, bitte. Das ist dann bitte die Shotgun wegmachen, Max. 78 Schaden gemacht. Ja, dann pack du aber deine Waffe weg, das ist doch nur fair dann. Pistol kannst du machen. Ja, nee, nee. Okay, okay, okay. Du kannst du machen. Oh. Taros von... Du bist fast tot, Alter. Ja. Du hast angefangen auf ihn zu schlagen, das muss man ihm schon lassen. Das stimmt schon. Professionell hab ich natürlich wieder WhatsApp-Web an. Hä, geht's hier oben nicht weiter? Ist das nur dieses eine Geschoss? Vielleicht auch nicht Heal Station. Also nur dieses... Ja, aber nicht am besten nach unten gehen. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Was war das? Ohohoho. Ohohoho. War das... War das Discombulator oder was? Ich glaub schon, Alter. Aber heftig. Ich würde gerne... Ey, wo kommt der Feuerlösch auf einmal her? Kann man die benutzen? Oh ja! Danke! Ey, Taka hast du die Pistole? Hier, schieß mal auf das... Ja, warte. Aber nee, warte. Ich muss es hinlegen, nicht dass ich sterbe. Warte da. Ey, geh weg da. Hier, Achtung! Discombulator! Geh weg da jetzt! Discombulator! Ist doch nur ein Discombulator, Digger. Alles normal. Bam! Oh, Alter. Wieso kann... Wieso kann... Wieso können das nicht immer zwei auf einmal machen? Das ist bescheuert. Was macht ihr denn da? Wie ihr da hängt wie so... Wie so ein Cracken. Wieso kann ich das nicht benutzen? Oh, Alter! Vielleicht weil du Traitor bist? Na jetzt geht's. Oh, Selfie. Ja, ja, ja. Natürlich. Natürlich. Natürlich Selfie. Full Health. Full Health. Full Health. Hä? Oh! Oh, was passiert? Ey, ey, ey! Ey! Warum schießt du auf mich? Corona ist. Was soll das, Fab? Ja, warum schießt du auf mich? Was soll das? Oh, Alter! Der ist hier hinten. Au! Au! Max ist Traitor. Oh, nice. Oh, Max erledigt. Scheiße! Oh, du kleiner Wichser! Oh, du kleiner Wichser! Du kleiner Wichser! Oh, nice! Warum hast du auf mich geschossen, Fab? Ich hab nichts gemacht, Alter! Ich hab so gewusst, ich wollte anfangen. Oh, das ist... Nimm was, nimm was! Dass ich was hatte. Diesen komischen Melonen-Launcher. Okay, scheiße. Ich hab aus Versehen... Ich hab aus Versehen draufgeklickt, Alter! Du musst ja auch... Leute, das war... Das war kein Melonen-Launcher. Das war so ein Discom-Bombulator-Launcher. Der hat aber nix gemacht irgendwie. Das war weird. Doch, doch. Der schießt Discom-Bulator. Doch, der schießt so Discom-Bulator. Ja, eine. Toll. Ja, das ist halt gut für zum Beispiel hier Tino. Mega gut. Ja, okay, das stimmt. Alter, ich hab von Anfang an gewusst, dass du wieder Traitor bist. Na und? Hat dir auch nichts geholfen. Du bist trotzdem gestorben. Leute, ihr werdet... Ey, ich bin hier gefangen. Ich komm nicht mehr raus aus dem Zimmer hier. Werdet... Oh no! Der Detective ist gefangen. Der Detective ist gefangen. Mach die Tür. In welchem Zimmer? Ich komm nicht mehr raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Hier. Hier ist kaputt. Ah, jetzt. Jetzt. Ich hab die Tür aus kaputt. Hä? Nein! Du öffnest die Tür unter dir. Max. Du öffnest die Tür unter dir. Was ist das? Irgendwann stimmt mit der Tür ja nicht. Ja, irgendwas stimmt. Ich bin unten. Was? Wo denn? Die Tür geht hier die ganze Zeit auf und zu. Ich mach Money. Bei mir auch. Sind das alle Türen im Haus? Hä, welche Türen denn? Hä? Hä, nein. Ich mach... Hä, was ist klar was? Du machst die selbe immer zu. Spackt hier auch rum. Ah, fertig. Das sieht gut aus. Vielen Dank. Warum lasst du so scheiße, Alter? Hör auf jetzt. Hör auf. Hör auf. Hä? Ich hab daraus gesagt, jetzt hab ich das gelbe Ding drücken. Hä, was macht das? Drück mal drauf. Drück drauf. Nee. Drück drauf. Nein. Drück drauf. Wann soll ich da draufdrücken? Weil ich Detektiv bin. Ja und drück das selber drauf, Mann. Geht's? Ja genau. Ich wäre dafür, dass der Detektiv mal draufdrückt. Ich... Ich... Au! Alter, was war das? Oh! Ich hab draufgedrückt. Ich dachte, ich kann schnell... Oh, und ich hab mir die Leiche angeguckt. Was war das denn für eine Runde jetzt? Oh, Mann. Ich kannte das Ding gar nicht. Bin sofort wieder da? Ja, ich auch nicht. Ja, es war halt... Hey, warum machst du das, Sethi? Ich hab einfach gedacht mir so... Jo, vielleicht ist es ein Traitor. Was ist das? Wow. Detektiv, hey. Leute! Leute, ich verkaufe Zeitung. Jetzt nicht glauben. Hey, was? Was? Hey, wie bist du da reingekommen? Taos, willst du in Zeitung? Wer ist verkaufe Zeitung? Wer, wer, wer? Hey, was passiert da drin? Was passiert da drin? Was macht ihr da? Ich weiß nicht, was hier drin passiert. Ich hab grad schon rausgekommen. Guck mal hier. Aua! Was verstehst du? Was, wieso ich denn? Ich mach doch gar nichts. Nee, 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 nee. Was machst du vor, Tucker? Guck dir mal in die Bildschirme. Ja, ich seh das. Die sind alle angebissen. Oh, Alter! Oh, Alter, hast du's gesehen? Hier ist aber die Waffenkammer. Ey, der ist richtig hochgeflogen. Guck mal, sobald ich den in die Hand nehme, was war das denn eben? Ja, der ist nach oben geschleudert. Ich bin mit Tucker und Fab, falls irgendjemand was sagt. Hä, ich hab dich nicht angeschossen. Ich hab dich nicht angeschossen. Taros, das war ne Pumpgun. Ich hab nur ne Pistole. Ich such grad noch ne Waffe. Selfie hat ne Pumpgun. Selfie hat ne Pumpgun. Ja, und? Wie gesagt, Taros, ich hab immer noch keine Pumpgun. Ich hab nur ne Pistole. Ich hab keine andere Waffe. Ich hab auch keine andere Waffe. Warum nicht? Ja, klar. Hier, jetzt hab ich ne Rifle. Ich hab immer ne Pumpgun. Darf ich auch was nehmen von dem? Ich hab auch ne Pumpgun. Ja, ja. Also so ist es nicht. Vielleicht war es doch Fab dann. Haha. Nein, ich war's nicht. Ja, ne Waffe kann man doch auch changen. Wer hat mir denn gerade... Ich war's nicht, ich bin innu. Ich war nicht mal bei dir. Wer hat mir denn die Zeitung dazu gegeben? Das war ich. Und dann bin ich nach hinten weggegangen. Ja, und von Taros kamen dann drei Schüsse. So, hier geht keiner mehr durch. Corona. Hä, die kam doch aus dem Raum rechts, da wo du rein bist, oder nicht? Nein. Bist du nicht in den Raum rein? Ähm, Corona ist Freischuss, also ihr dürft schießen, wenn ihr ihn seht. Warum denn, Alter? Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich war nicht mal in deiner Nähe. Weil du hinter mir warst, weil du hinter mir warst. Ja, richtig. Und dann bin mit der Zeitung sogar noch Richtung Treppenhaus gelaufen. Wie geht denn das auf hier? Ich glaub Corona nicht. Ey, wie kann man diesen Waffenschrank aufmachen? Welchen Waffenschrank? Komm mit, ja. Kann man das? Dann lass es halt. Aber ich hab nicht auf dich geschossen. Das ist Max alleine. Ich bin mit Fab... Ey, die lädt sich ja wieder auf die Station. Alter, ich brauch... Ey, hier liegt nirgendwo ne Waffe rum. Ist das euer Ernst, oder was? Ja, hier liegt tatsächlich nirgendwo ne Waffe. Das hab ich auch sehr merkwürdig. Ich hab ne fucking Pistole. Und ne Rifle. Wie kommen wir wieder nach unten? Wie kommen wir wieder nach unten? Also du hast auch ne Lightsaber. Wo bist denn du Corona? Ja, ich lauf hier rum, Alter. Hier liegen Melonen? Ich such immer nur ne Wache. Waffe. Ne Wache, Alter. Aber Melonen liegen hier immer. Melonen liegen hier immer. Melonen liegen hier immer. Ich hab nicht einfach Waffen in den Räumen. Wo denn? Hier liegt nirgendwo ne Munition. Hier liegen nirgendwo ne Waffen. Hör auf, Fab. Ich hab außerdem geschossen, weil ich gerade rausge-tab bin und einen Tacker-Laser gemacht hab. Wo bist du? Hier. Hier denn nicht. Ja, ich hab nur ne Pistole, Mann. Nichts anderes. Ähm. Ich hab leider keine Golden Diga mehr. Ja. Wieso gibt's hier nicht? Ist die raus, oder was? Wieso gibt's hier keine Waffen? Ey, wieso gibt's hier keine Waffen? Ja, nice. Ja, ey, ich hab auf dich geschossen, weil du vom Detekte Freischuss gemacht wurde. Corona benimmt sich immer merkwürdig, wenn der Traitor ist, ne? Er ist immer gleich so diva-haft. Hä, aber er hatte ne Waffe, der kleine Lügner, Alter. Ey, wie kommt? Ich hab keine Waffe. Dann gib mir mal Coronas Waffe. Ich hab nur ne Pistole, ey. Das ist unfair. Er hatte nen Sniper, aber. Also er hatte keine Shotgun. Dann vielleicht Selfie noch. Nee, mach ich jetzt, Matthias. Thomas, kannst du mir noch ne Waffe geben? Ja, ich hab bisher noch gar nichts gemacht. Ja, du musst dir folgen. Ja, ich bin hier hinter dir. Ja, Selfie, schmeiß mal deinen Shotgun hin. Ach, hier sind wir. Okay, jetzt check ich's. Okay, warte, warte. Ich hab ne leere Shotgun. Oh! Verdammt, da ist was drin. Deine Shotgun ist nicht... Er hat mit der Shotgun drei Schüsse gemacht. Ja, ich hab ne Melone erschossen. Ja, genau. Ja, du warst da dabei. Ich warst da dabei. Ich war nicht dabei. Nein, 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 ich war nicht dabei. Das stimmt. Nein, nein. Ich war nicht dabei. Nein. Du warst im gleichen Raum. Siehst du? War ich nicht. Das stimmt nicht. Tarus, und wie gesagt. Das war jetzt Glück. Das war Selfie, der auf dich geschossen hat. Ich war gar nicht mehr in deiner Nähe. Ich war schon längst weg. Und du warst doch dabei, Max. Ja, ich war nicht dabei. Ja, dann war ich aber grad rausgetappt. Dann war ich grad nicht konzentrated. Ich war so ein richtiger Detective, Alter. Wo ich dann das Magazin überprüft hab. Total easy, Leute. Total easy. Ich hab ne Miene geplaced. Fab hat auf mich geschossen. Fab? Fab hat auf mich geschossen. Ich erschießt. Ja, dann erschieß ihn. Warte, ist er? Was ist er? Er ist innocent. Er hat auf mich geschossen. Ich hab keine Waffe, ich hab nichts. Und er hat auf jeden Fall auf mich geschossen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Max, du bist Detective oder was? Max, du bist dabei, oder? Ja, ich hab's nicht gehört, aber keine Ahnung. Warte mal. Er hat das... Oh! Ja, es war Takaishi. Max war Detective. Max war Detective. Ich war innocent. Selfie killt Fab und Traitor killt nicht einfach sein Traitor-Kollegen. Dann bleibst du noch übrig und du bist... Fab war innocent. Ja, aber Fab war innocent. Das heißt, es bleiben noch Takaishi und Taros. Taros war anscheinend schon weg. Ich hätte jetzt weiter Taros erschossen. Aber dann müssen's... Hä, aber... Nee, total random, Alter. Ich hab einfach nichts gemacht. Ach so. Oh, dann war das ein Denkfehler von mir. Aber es hat geklappt. Ich hab den nicht gemacht und Fab hätte mich trotzdem angeschossen. Warum hast du mich angeschossen, Fab, Alter? Okay, okay, okay. Corona, sag tschüss, sag tschüss. Okay, Lucky Punch muss man auch mal haben. Und auch wenn Fab nicht der Meinung ist, dass er geschossen hat. Wer weiß. Schaut euch die Aufnahme an. Ich wünsche euch noch allen einen traumhaften Tag. Schaut bei den Jungs vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. 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 Die Blödköpfe. Arschgeigen und andere Leute. Die Blödköpfe. Oh, die gehört. Das ist schon wieder gut. Hast du ge Pakistani durchs Auto?